Heute gibt's den finalen Fight des Beefs zwischen Plissor und mir. Also wir regeln das alles und legen alles beiseite in drei Disziplinen. Und zwar spielen wir Schere, Stein, Papier. Wir battlen uns mit Eisenrüstungen und mit einem Bogen. Das werdet ihr in dieser Folge sehen. Viel Spaß, lasst ein Like da, zieht euch die Folge komplett rein. Geil, okay. Sehr gut. Okay. Okay? Ja, ich bin ready. Ja, ich bin auch ready. Dann zähle ich jetzt gleich runter. Oder machen wir es vielleicht so, wir decken unsere Augen dabei zu, damit wir auf jeden Fall nicht sehen, was der andere macht. Hä? Ja, aber... Ja? Dann muss ich jetzt noch auswendig lernen, in welchem Slot was ist. Hä? Du weißt doch, Schere, Stein, Papier. Stein, genau. Oder? Ach nein, ich hab Stein, Papier, Schere. Nur nicht, dass die Leute am Ende sagen, ich war eine halbe Sekunde früher dran. Oder später. Masti, du kannst dir doch auch jetzt schon mal überlegen, was du gleich nimmst. Das ist ja jetzt nicht, dass du gleich irgendwie schnell eine Reaktion haben musst. Deswegen, dann würde ich die Augen verdecken und wir sagen, du sagst Schere, Stein, Papier. Okay, ja, ich verdeck die Augen. Und dann warten wir, nur wie lange sollen wir warten? Du kannst dann ja sagen, äh, keine Ahnung, Schere, Stein, Papier. Und dann sagst du nochmal, los und dann können wir gucken. Ja, nee, dann sagt Ryo einfach Augen auf. Ja. Sobald wir beide was in der Hand halten. Okay. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Augen zu, Augen zu. Ja. Warte kurz, ich muss noch kurz gucken, ich weiß nicht, wie ich die Reaktion folge. Das ist voll anstrengend, die Augen zuzuhalten. Boah. Okay, Schere, Stein, Papier. Ich mach lieber so. Okay. Okay, okay, okay. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja. Ja, 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 let's go. Schere, Stein, Papier. Augen auf. Okay. Nadin! Der gute alte Stein. Ach Mist. Okay, okay, okay. Also steht es jetzt 0, 0 oder 1, 1? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay, so, Blizzard-Item aus der Hand. Achso, Mist, ja, danke. Schere, Stein, Papier. Augen auf. Shit! Und jammern! 1, 0 für Blizzard. Yes! Fuck. Okay, 1, 0. Machen wir eigentlich 3 Runden oder 3 Punkte? Weil wir haben eigentlich 3 Runden gesagt, oder? 3 Runden, 3 Runden. Okay, 3 Runden. Achso. Aber die 0, 0 Runde lassen wir nicht gelten. Genau. Also nur wenn ein Punkt zielt. Ja, das meine ich ja. Genau. Das war jetzt die 1. Runde. Okay. So, Item aus der Hand. Ja, ja, okay. Okay, und Schere, Stein, Papier. Okay. Augen auf. Und, oh, nein! Okay, das zählt jetzt wieder nicht, oder? Ah! Mann, das ist anstrengend. Okay, okay. Ja, ja, okay. Augen zu. Ja. Ja. Schere, Stein, Papier. Augen auf. Ihr macht das doch mal in Absicht. Oh, nein! Okay, okay. Jetzt aber. Okay, weiter weg. Augen zu. 3, 2, äh, Schere, Stein, Papier. Ey, Augen auf. Nein! Was machst du? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Gott. Okay, ich stehe immer noch 3 zu 0 für Blizzard. Immer noch quasi jetzt zweite Runde. Augen zu. Okay. Schere, Stein, Papier. Augen auf. Ja, Mann! Oh, verdammt. Jetzt! 2 zu 0 für Blizzard. Und damit hat Blizzard gewonnen. Oh, yeah! Nein! Okay, das heißt, das erste Match habe ich gewonnen. Das ist schon mal cool. Aber jetzt kommen wir zur PvP-Runde. Und das wird ja viel spannender, denke ich mal. Ey, glaubst du? Ähm, wir spielen mit Schild oder ohne? Ich habe Schild dabei. Okay, ich hätte theoretisch auch eins dabei. Aber ich persönlich würde sagen, mir wäre es lieber ohne, weil ich kann nicht mit Schild umgehen. Aber wir sollten schon verspielen. Von daher können wir auch geht. Ja, lass mit Schild machen. Okay? Okay. Ich gehe mal auseinander. Ja, dann gehe ich auf die andere Seite. Ui, 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 ui. Ui, 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 pvp-Fight. Ui, 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 ui. Ich bin das Boxen-Luder. Das Boxen-Luder. Bereit? Ja. Wenn der Fall fliegt, könnt ihr hochlaufen. Okay. Loslaufen. Drei, zwei, eins. Der Startschuss. Wieder rennt weg. Das war ein Witz. Ohne runterboxen. Nee. Oh. Ganz, ganz spannendes Spiel hier. Der erste Hit wurde getroffen von Basti. Gegen Blizzard. Oh, zweiter Hit, dritter Hit. Basti hat einen abbekommen. Sehr, sehr spannend. Basti wieder einen abbekommen. Jetzt geht es hier richtig in den Kampf. Blizzard dominiert das Match gerade. Oh nein. Basti hat jetzt aber einen Hits kassiert. Ich check das nicht. Oh nein, ich zitter voll. Ich check nicht, wie der das macht. Der Klick spammt und kriegt trotzdem über die Hits. Wieder gehittet. Basti versucht, jetzt hier seine Auslieben schon zu finden. Kann er jetzt noch mal ein paar Punkte machen? Oh nein. Tatsächlich. Was? Ich hätte einfach essen sollen. Ich dachte, ich wäre voll low. Eieiei. Ich dachte, ich wäre voll low. Okay. Dann müsste ich mich jetzt mit dem Bogen vorbereiten. 1 zu 1. Machen wir jetzt dann Bogen-Battle? Ja. Was für Bogen, aber Standardbogen, ne? Ja, ich würde mir einen basteln. Wollte nicht vielleicht noch eine Fight-Runde machen. Warte, dann muss ich noch einen holen. Soll ich das Zeug da liegen lassen? Deinen Kopf behalte ich, okay? Ja, komm, das kannst du behalten. Dann, wie sieht es aus? Warte, ich muss mir noch mal kurz einen Pfeil holen. Ja, ich schau gerade. Ich habe nämlich keinen Bogen hier, der keine Verzauberung hat. Deswegen müsste ich mir einen basteln, aber ich habe hier keine Strings. Hä, einfach zwei Bögen, die du nicht brauchst, zusammencraften. Dann ist die Verzauberung weg. Ja, aber ich habe hier leider keine Schrottbögen. Ich müsste einen kürzen Ding laufen. Oh, das ist so genau, perfekt. Was brauche ich denn? Wollen wir eine Rüstung auch anziehen, oder? Oder machen wir... Nee, komm, mach ohne, oder? Ja, lass ohne Rüstung machen. Ohne, komm. Also dann... Mein Essen hätte ich gerne noch, das wäre ganz cool. Das liegt da noch rum, Riol. Ja, das wäre ganz praktisch. Wenn ich mich zumindest noch hochheilen kann. Einmal davon, einmal davon. Jeder einstackpfeile, ja? Ja. Okay. Und ohne Rüstung. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es wäre besser gelaufen für mich, wäre es kein Shit gewesen. Ich habe mich nicht richtig machtlos geführt dadurch. Aber ich habe halt geklickspampt auch. Hast du eben das Soll... Du bist zurückgelaufen. Mhm. Okay. Sollte ich was machen? Warte, dann jeder einstackpfeile, dann passt es. Ja, eine Pfeile habe ich schon. Also ich bräuchte halt nur einen Bogen. Und Essen am besten. Ja. Okay. Das Essen liegt noch in der Mitte. Essen liegt noch in der Mitte. Von dir. Ah, okay. Ja, dann nehme ich einfach mal alles ins Inventar. Und ohne Schild. Und Gott nicht aufnehmen. Ja, natürlich ohne Schild. So. Ich meine, eigentlich bräuchte ich das Zeug nicht behalten, was ich hier habe. Äh, okay. Gut. Äh, wo bist du? Ja, Moment. Spark of Gailo ist unterwegs. Es ist so verlockend, Basti hier einfach runterzuschießen. Ich darf nicht. Dann geht es gleich zur Sache. Du kannst jeden anderen runterschießen. Komm, kill einfach... Wenn du wichtiger killst, Triol, dann darfst du mich zehnmal töten. Also, wenn du ihn killst, ohne Absprache. Wenn du einfach hingehst und ihn killst. Das schafft er eh nicht. Ja, eben. Warte. Hast du das Essen? Da liegt Pfeil... Macht er das jetzt wirklich? Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Der wird dich gleich zerrehen. Hast du ihn angegriffen? Nein. Komm, kill ihn. Los, Triol. Komm. Zeig, was du kannst. Let's go. Ich würde mich vernichten. Los, Triol. Ja, der ist crazy. Der hat es echt drauf. Okay, dann brauche ich den Bogen. Ich habe den dir doch noch hingeschmissen. Der lag doch hier die ganze Zeit. Wo? Hier lag der. Triol hast du dir eingesammelt. Ich glaube, die beiden gerade... Dann nehme ich mir gleich den Bogen. Triol hat den Bogen, glaube ich, eingesammelt aus Versehen. Nee, 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 nee. Hä? Der lag doch die ganze Zeit. Ich habe ihn. Ach, einen ganz normalen, unversammelten. Ja, ja, den habe ich. Und es deckt Pfeile. Brauche ich nicht. Habe ich. Okay, gut. Ja, habe ich aber auch. Okay, okay, okay. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie das wird. Ich schmeiße einfach hier den Anfall ins Volt. Wäre es schummeln, oder? Nee, hier. Ja, ja. 64 Pfeile. Genau. Okay. Seid ihr bereit? Oh Gott, ich habe Angst, dass es wichtig ist. Ich weiß nicht mal, wo er steht. Alter, so random. Ich weiß nicht mal, wo er steht. Ich stehe euch genau gegenüber. Ja, okay. Seht ihr den obersten Amboss? Ja. Lauft los, wenn der Pfeil dagegen haut. Okay. Ja. Eins. Zwei. Oh, 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 oh. Okay, okay. Boah. War knapp, ne? Oh shit, oh shit. Blizzard Aimbot drin. Oh Gott, ich bewege mich jedes Mal mit. Das ist ja voll doof. Oh, habe ich dich gehittet? Oder habe ich wichtiger getroffen? Also mich hast du nicht getroffen. Hä, dann habe ich wichtiger, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich komme so gar nicht ins Shooten rein. Das war gut. Ich muss mich heilen. Ja, was? Junge. Hä, was macht der für Hits? Oh Mist. Boah. Bow Spammer. Ich stehe hier voll gefällig. Ja, wow, Alter. Gewonnen. Ich habe es geschafft. Ich habe mich zwar die ganze Zeit ultra konzentriert, aber ich habe es geschafft. Und du hast mich nur einmal erwischt. Geil. Also, dann kann ich jetzt auch einen Kuchen mitnehmen. Ja, und einmal habe ich wichtiger getroffen. Ja, damit es umgelaufen ist. Und das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo dalassen. Hier kommt ihr zu den nächsten Videos. Haut mal rein. Bis dann. Und tschüss. Und tschüss. ? Untertitelung des ZDF, 2020